Was geht? Hi Leute, was geht? Ich bin's, euer Marcel Bro. Und heute spielen wir Minecraft. Teil 6 oder 5. Ihr seht, das hat einen riesen Unterschied gemacht. Ich zeig euch nochmal das Haus. Hier. Und ja, lasst ein Light da, lasst ein Abo da. Ich zeig euch jetzt meinen Schlafraum. Jeder hat einen Raum. Das ist Darians. Das ist da oben. Da schläft Luca. Ah, er richtet sich's gerade ein. Und ja. Ich schlafe ganz unten. Also hier. Geh mal runter. Hier ist das Lach. Hier ist Ofen alles. Und dann direkt hier ist dann auch mein Bett. Und ja. Ich geh jetzt noch ein bisschen angeln, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Ernährung und so. Nahrung halt. Und ja. Let's go. Wo sind die Boote? Geh ich halt hier angeln. Hm. Er pflanzt schon an. Ah, schade. Oha. Haltbar. Ach du Heilige. Warte, ich crafte mir, glaube ich, auch mal eine Kiste. Oha. Wie heftig. Und mit dem Holz. Dann das ganze Holz arbeiten. Das ist halt normal lang für eine Kiste. Ich hab hier so einen Scheiß drin. Ich schwöre. Und jetzt zeige ich euch auch noch. Ach so. Jetzt zeige ich euch auch noch gleich. Direkt unser Garten. Das ist unser Garten. Einmal hier unser Felder. Und das ist halt unsere Baumplantage. Und ja. Jetzt geht's hier einmal lang. Ich muss kurz runter. Craften. Digga, wie ist es hier so dunkel? Kiste, Kiste. Wallah. Wallah. Kann ich noch ein Schild craften? Oh Mann, wie viel braucht man eigentlich für ein Schild? Noch ein Stick. Ein, zwei, drei, vier. Oh. Ich hab doch hier noch Holz. Ich dussel. Weiter geht es eigentlich, wenn man das in die Luft setzt. Oha. Es geht halt wirklich. Jetzt nur noch Stick. Stick. Und jetzt kann ich mir endlich so ein Schild machen. Endlich. Ich bin dafür zu dumm. Ich kann halt hier. Schild hin. Masse, Masse, Masse. Und perfekt. Jetzt kommt jetzt hier. Dann mal hier den Bogen. Dann hier nochmal so einen Scheiß. Kontrollieren immer, ob da noch was drin ist, die Fischis. Hier. Vielleicht noch hier noch ein bisschen. Hier. Die bauen hier vor, als ich war da eine Baumplantage. Und ja. Ihr seht es auch hier nochmal. Ich tue jetzt nochmal ein bisschen verangeln. Das ist eigentlich meine Spitze. Hier. Da darf ich den Stein. Und ja. Ich hoffe, euer Tag war heute gut. Ah, hier ist ja die Rücken Brot. Ich tue jetzt noch mal ein bisschen essen. Oh mein Gott. Ich weiss dir gar nichts an. Ist richtig leer. Boing. Oha, waren es zwei? Ja, ich glaube, das waren zwei. Kommt, ist gut. Oha, die. Beim Angeln immer ruhig sein. Dann kommen auch immer die Fische um. Und da kommt was und... Yes! Kugelfisch. Den darf man ja nicht essen oder sonst. Ja, aber weil ja... Und... Anbeißen! Oha! So welche Fisch. Diesen voll gut. Ist es Lachs? Ja. Bratner Lachs. Roher Lachs. Bratner Lachs. Roher Lachs. Gebratner Lachs bringt ja mehr als roh. Roher Lachs muss ich halt noch braten. Und... Das kann nicht, was die machen, aber... Die bauen oben noch ein bisschen weiter. Hier ist voll dunkel. Kann man Holz rein? Oha, ist die verliebt. Nee, wo... Dann noch Urlachs. Ich möchte halt noch ein bisschen mehr Brennholz. Ich bin jetzt mal so richtig ehrenlos am Glas. Ich gucke einfach mal ab. Wo ist Darians? Digga! Was richten die sich hier ein? Ah, Darian. Oha! Oha! Wie weit bauen die denn hier noch? Oha! Die bauen sich... Ah! Die beiden teilen sich hier oben im Zimmer. Ah, das ist so krass. Ah, ja. Auf der Piech. Dann bin ich halt eben unten. Ja, ja, ja. Und so war ich mal nicht voll schön. Vielleicht brauche ich mir noch so'n... ...hat so'n geiles Ding, ...hat so'n geiles Ding dann mal. Lukas, küsst du noch Glas rausnehmen? Mal gucken. Ich hab Angst, dass der jetzt was rein kann. Nee, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Oha! Oha! Ah! Jetzt lass ich was da hin. Jetzt ist das hier mein Bett. Dann müssen wahrscheinlich dann der in ihrem Zimmer. Oha! 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 Was bauen die da hier noch? Ein kleines Kämmerchen. Jeder hat dann ein Zimmer. Verstehe ich. Ah, es wird Nacht. So, was machen wir heute? In der nächsten Folge gehen wir in die Höhle. Auf jeden Fall. Und ja. Die bauen, glaube ich, nach oben weiter oder so. Ich habe hier noch ein Satzchen. Bist du voll? Ja. Ein bisschen noch. Holz reinlegen. Wie viel braucht man Eisen, um ein Eisendohr zu machen? Das würde mich mal interessieren. Eisentür. Ich kann es mal runterscrollen. Jetzt. Es leckt gerade übertrieben. Können wir eigentlich... Ich denke, was macht der? Egal. Egal. Ich will halt hier so eine Eisentür halt in meinen Kanal hier reinmachen. Entschuldigung. Let's go. Ich gehe jetzt noch ein bisschen raus und... Ich brauche noch ein bisschen Holz. Oder wir brauchen ja auch Brennholz. Eigentlich haben wir doch auf unserer Plan. Warum? Plan. Lein. Lein. Ganz wichtig. Weil ich will, ähm... Warte mal. Geht mit dem Schwert schneller, oder? Wir haben halt keine Schaufel da, deswegen... Hab mit dem Schwert. Ich will halt wie so einen Kuhstall machen. Die andere Seite ist da halt so unser Kuhstall, oder so. Dann halt so wird, oder so. So, lelele. Let's go. Guck mal, wie es bei denen aussieht. Ah, hier oben ist... Oha! Lakschisch! Digga, die haben ja alles. Die bauen sich ja hier noch Balkon rein und so. Schü! Darian kriegt wahrscheinlich auch einen Balkon. Ja, okay. Ich habe halt echt mehr als Aussicht. Ah, nee. Das wird seine... ...küstenlager. Oha, hier hat man noch zwei Stück dran. Ja. Wie weit kann... Ja, ich kann schon weit hochgehen. Vielleicht brauche ich auch sowas, dass ich halt eben... Hier noch so eine gewisse andere Sachen dann so. Aber ich glaube... Ich glaube, ich verlagere noch einen Kissen. Ich glaube, die ist halt ein bisschen ehrenlos. Aber hier... Das ist peifelblank. Eigentlich brauche ich gar kein Stück. Ich habe gar kein Holz, oder? Die anderen Luca hat auch kein Holz, oder? Nein. Doch, ich habe vier, aber es wird safe noch lang. Ja, ich glaube, ich habe hier draußen auch geholzen. Ja, da braucht man viel zu viel. ich hab voll viel Hunger gekriegt. Fischery-Do. Eigentlich würde ich das mit der Kuh machen, aber jetzt habe ich das von Dariana geguckt und ja. Brauche ich mir halt auch sowas, so mit den Kisten. Let's go. Ich brauche halt viel Holz und ja, mit einer Diamond-Axt geht das halt easy. So, das langt eigentlich an Holz. Ah, 58. Ja, safe. Das können wir noch ein bisschen zum Brennstoff benutzen. Eigentlich Lava, oder? Lava hält doch voll lange. Schade Kraft. Reparatur. Reparatur 1, also der repariert sich. Oha. Dann tue ich in die Kiste, aber kann ich erst, wenn ich so den jetzt runter sprinten. Crafting Table. Ich muss noch davon ein paar Stück machen. So ist genug. Und hier noch. Oh, da komme ich ja... Ah, komm! Ja, dann mal so, den... ... geht's nach so gut. Dann bohschi, Karnino. Ja, dann so. Oh, Mann! Ja, dann baue ich hier halt kleine Tammerchen. Wie das gehen wird, keine Ahnung. Aber mir wird da schon was anfangen. Ja, waaah, ich überleg mir ab. Wo oben sind meine Kisten? Ich weiß, sieht halt ein bisschen doof aus, aber... Ja. So. Dann verlässt ich es da noch wegholster. So, unten ist ja direkt Wasser. Ähm, wie macht man das jetzt zum Beispiel? Sodass niemand am besten sieht. So. Mach's sehen. Hier noch so ein bisschen so, dass es nicht geschaut. Stimmt. Was macht hier? Vielleicht noch... Braucht den Table, hol ich mir auch noch ein. Also, ich geh dann ins gleich Holz fahren. Das ist jetzt nur noch kurz hier. Kaboom! So. Mann, verbau mich hier mal so. 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 Ich muss sämtlich Müll kurz hier weg... Ähm... Das ist nicht rein. ich bin und 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 so so let's go auf geht's dann treib ich die kühe ein wenn es lang ist muss jetzt wir machen auch gleich schluss wir haben hier so viele schildkröten leute könnt ihr euch gar nicht vorstellen da hinten ist ja unser netherpotter so 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 Nein! Mein Hunger! Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ich dachte, ich riskiere es, aber ich muss sie jetzt schnell weg. Oha! Er denkt sich auch nur so. Oha, ich habe Pfeile gekriegt. Oha, ein Golden. Digga, beruhig dich! Beruhig dich! Beruhig dich! Ach ey, was für ein Ehrenloser. Egal, ich verliere meine Items eh nicht. Digga, wetten wir nicht in meine Kiste. Ich weiß auch nicht, wo meine Kiste ist. Also bei dem her. Schau mal. Ich habe halt auch einen Bogen dafür bekommen. So, bitte. Was wollt ihr? Wer wollte jetzt nochmal Holz? Digga, hier ist immer noch keine Türmüse. No joke, oder? Ich habe den Helm geholt. Hä? Welchen Helm? War der gerade in meinem Ding? Ne, der ist noch da. Ja, den Pfeil habe ich mir hier behalten. Aber ich habe keinen... Ich habe den halt kurz angegriffen und dann besiegt. Ja, den Pfeil. Hier, den Holz. Ja! Ja, der... Verpiss dich! Ja, verpiss dich! Was holst du da? Ja! Beruhig dich! Du kannst gerne ein Volk machen, Digga. Ach, Digga. Nervt mich hier. Deswegen brauche ich eine Eisentür. Dass mir sowas nicht passieren kann. Und jetzt nochmal Beef. Verpiss dich! So, gar nichts. Und die... Die... Ich habe keine... Guck. Die habe ich... ... hochgefahren für die Axt. Bitte. Achso, Jera geht schlafen. Warte, ich tue noch ein bisschen Braten hier. Perfekt. Warte, ich tue noch ein bisschen Braten hier. Perfekt. Mal noch ein bisschen Braten. Guck, wer ist jetzt noch wach? Ja, Mubus, wer ist jetzt noch wach hier? Guck mir mal. Ach, komm! Schlafen! Digga, wer hat mich jetzt schon wieder getötet? Digga, es nervt. Ich hole jetzt gleich ihn. Ganz ehrlich. Komm, ich geh jetzt zu denen hoch. Und hole ihn. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer mich geholt hat. Aber trotzdem. Safe, Digga. Ich hole ihn jetzt, du Stück Scheiße. Ich habe doch einen Bogen. Na... Das war... Karma, Digga. Karma. Wer mich tötet. Ich wollte es nicht machen, aber trotzdem. Wer mich tötet, kriegt es halt ab. Digga! So, Digga. So, Digga. Jetzt gehe ich ins Bett. Servus! Jetzt kann ich nicht ins Bett. Hä? Ist grad dumm. Gibt es jetzt... Betten ist jetzt morgens, oder? Ne, ist spät... Nein! Verpiss dich! Hä? Es leckt! Es leckt! Es leckt! Es leckt! Es leckt! Übertrieben! Was macht er jetzt? Digga! Geh doch weg! Hallo! Hallo! Was hat er sich grad da gestiehlt? Digga, was? Was willst du? Ja, was willst du? So, Leute! Wir sehen, das ist morgen und wir angeln jetzt grad. Und ja, damit beende ich das Video. Ciao, Leute! Abonniert, liked, wenn ihr wollt und ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!